Eine alte Weihnachtslegende besagt, sie kommt durch den Schornstein mit kohleverschmiertem Gesicht. Es ist eine Hexe, die die Kinder zum Lächeln bringt. Doch Hexen hatten bekanntlich nicht immer einen guten Ruf. Hexe. Was heißt Hexe? Ich bin ein armes Waisenkind. Ich finde keinen Frieden, bevor ich nicht alle zurück in die Hölle geschickt habe. Aufhören! Was ist das? Hexe Schiedendreck. Wo zum Teufel bin ich hier? In Sicherheit. Neues Zuhause. Was tut ihr mit dem ganzen Kram? Wir schenken das den ärmeren Kindern. Die nicht so viel Freude haben. Die Schasse, Kinder. Neue Regeln. Wir stehen um halb sechs auf. Ihr habt mich nicht verstanden. Ab heute stelle ich die Regeln auf. Du wirst es hier mögen. Klar. Und auch in der Hexenschule gilt, es ist noch kein Meister, äh, keine Hexe, vom Himmel gefallen. Komm zu mir. Lass dich nicht entmutigen. Es ist eine Frage des Herzens. Ich hab gesagt, dass sie uns nur Ergerns Haus bringen wird. Hier stinkt es wie im Schweinestall. Es sind Hexen! Meine Güte, die Prophezeiung ist wahr. Weißt du, wer du bist? Wer denn? Öffne dein Herz. Blitz- und Schweinezahn. Der hat mich verbrucht. Ich bin die Weihnachtshexe! Dolores, keine Tricks, klar? Bistur. Bis zum nächsten Mal.